Willkommen zum Video und heute gibt es mal die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung einfach zum Nachmachen für Anfänger, wie man es schaffen kann mit TikTok Geld zu verdienen. Du benötigst einen Digistore24 Account, den kannst du in zwei Minuten erstellen, Link dazu in der Beschreibung, einen Internetzugang und etwa 30 Minuten pro Tag. So, jetzt gibt es nochmal die genaue Anleitung, wie ihr euch euren eigenen Link erstellt und zwar ihr geht hier bei Digistore24, meldet ihr euch an, geht dann auf den Marktplatz hier, dann klickt ihr hier bei Suche Vendor auf krmtrc, geht auf Suche und dann bekommt ihr hier euer Produkt und zwar mit TikTok Geld verdienen, klickt dann hier auf euren Promolink und ja, diesen Link könnt ihr dann einfach kopieren und dann könnt ihr diesen Link in euer TikTok-Profil packen in euer Instagram-Profil packen, auf Facebook posten und jedes Mal, wenn Leute auf den Link klicken und eine Bezahlung tätigen bzw. eine Bestellung tätigen, verdient ihr Geld. So, ihr geht dann hier auf euer Profil bearbeiten und hier unter dem Punkt Website gebt ihr dann euren Link ein, den ihr eben bekommen habt. Was ihr dann macht, ihr geht auf TikTok und erstellt ein Video, zum Beispiel schreibt ihr dann dieses Video du willst lernen mit TikTok Geld zu verdienen, dann klickt auf den Link und dadurch werden mehr Leute auf diesen Link klicken und wenn jetzt Leute auf diesen Link gehen, verdient ihr Geld.